Wir geben den Punkt rein. Ja, die zwei. Der Vater mit dem Schwiegersohn. Jetzt hat er so. Er kann ohne Hans nicht mehr leben. Da ist er. So, was schuessest du? Ich verstehe nicht. Einer mal. Ich muss ihn ein bisschen schräg schnüllen. Einer mal beim Hans. Schräg, gell? Ja. Einmal beim Hans. Wieso wird das nicht anders sein? Wartgefährlich, da legen wir es drauf. Ich verstehe nicht mehr, weil er so kurz ist. Lecker aus. Und heute ist er kehren. Und heute ist er auf den Langsatz. Und heute ist er der Holzart.